Maria Maderova-Počekova Hallo, ich heiße Maria Maderova-Počekova und ich bin Organistin. Ich stamme ursprünglich aus der Slowakei und wohne jetzt in Brug. Ich bin sehr froh, dass ich ein Teil des Brug Adventskalenders sein darf. Heute sind wir in der evangelischen Matthäuskirche in Brug, wo ich für Sie ein Stück spielen werde. Das wird eine Cantilene aus der Demoltsonate von Josef Reinberger sein. Ich wünsche euch allen gesegnete und persönliche Adventszeit. Alles Gute und bleiben wir gesund. Untertitelung des ZDF, 2020 ührt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.